Ich möchte wissen, was ist ein Spaltgriff? Das sag ich nicht. Ein Spaltgriff! Nein, die Spalten. Spaltgriff. Ich glaube, der Spaltgriff kommt, ich möchte mal direkt davon weggehen, kommt aus dem Free Climbing. Und zwar ist das ein ganz spezieller Griff in eine Spalte hinein, um sich zu halten. So, und Herr Balder, die jetzt sagen nein, haben Sie recht. Und jetzt muss er ja sagen. Das sagt aber nicht, was. Nein. Ist nicht richtig. Also ja, Spaltgriff. Ein Spaltgriff. Ein Spaltgriff. Vielleicht hat es was mit der Medizin zu tun, Spalt, wenn man so, ich hab Spaß alleine, ist Quatsch. Es gibt wohl einen Spaltpilz, den kenn ich, den Spaltpilz. Ja, den Spaltpilz. Ja, Pilz. Hat der was damit zu tun? Ich wollte nur noch mal wieder ins Gespräch kommen. Das ist doch ein absolut relevanter Lösungsansatz, natürlich. Ja, aber falsch. Ist es was, ist es was aus dem... Ist gleich vorbei. Ist es... Ist es... Ist es... Ist es was aus dem... Also was man sich... Ich bin im Erdreich. Ich bin im Erdreich, ich bin dabei etwas abzuspalten, Erz, Güter, irgendwann abzuspalten, ein Griff. Vielleicht zum Beispiel, wie wäre es denn mit Beton und Dynamit, ein Griff, ein Griff um eine Dynamitstange in einen Spalt, damit dann Berge... Es ist ja furchtbar. Ist das richtig mit dem Dynamit? Nein. Wir müssen da gar nicht drauf... Ist das richtig mit dem Dynamit? Nein. Theatersprache. Ich bin jetzt im Theater. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Der Spaltpilz vom Theaterkontor. Und zu sehen, wie viele Leute da sind. Ja. Seid ihr alle da? Oh, schnell wieder zumachen. Es ist voll heute. Ja. Ich glaube...